Königreise Ich zauber eine Mauer her, sodass unsere Königreiche getrennt sind. Was ist hier los? Du hast eine Mauer errichtet. Das wirst du noch bereuen. Ich werde eine Armee zusammenstellen. Ha, ha, ha. Ich klick dir nicht. Ha, ha, ha. Hallo. Hallo. La, 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 la. Ich gieße heute die Blumen. Hallo ihr beiden. Hallo Phil. Wir wollen Fußball spielen. Wollt ihr mitspielen? Ja, wir wollen mitspielen. Nehmal. Ronaldo. Hummels. Wildblahm. Klose. Manuel Neuer. Bergmetersache. Semminkedira. Usil. Das Spiel war sehr spannend. Ist endlich die Armee bereit zum Angriff? Ich will es der Fee auf schrecklicher Weise heimzahlen. Ha, 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 ha. Ja, die Armee ist soweit. Sie ist auf dem Weg zu uns. Sie kommt mit dem Todeszug. Ach, ich höre sie doch schon. Ach, ich höre sie doch schon. Dutto Vampai. Dutto Vampai. Dutto Magie zum Portal öffne dich. Angriff. Dutto Vampai. Dutto Vampai. Dutto Vampai. in die Unterwelt zurück und die böse Armee verzauberte sie in liebe Mutanten. Immer versagt deine Armee und dein Trainingsplan. Ach, ich kündige, mir reicht's.